hallo und herzlich willkommen liebe zuschauer hier zu einem weiteren auto drive und cosplay tutorial mit dem lieben willi hallo willi hallo mario ja beim letzten mal gesehen dass wir hier geschwadert haben und der läuft auch gerade noch jetzt haben natürlich einige gesagt ja clever wäre natürlich gewesen wenn man die feldbahn zuerst gemacht hätte und dann die außen die vorgewände auch das stimmt das hätte man gut machen können und dann würde der jetzt hier nicht ins vorgewände reinfahren und da auch noch mit schwaden aber das ist eine feinheit die könnt ihr gerne machen wenn ihr das nicht gesehen habt ihr klickt gerne oben in die ecke da habe ich weitere videos verlinkt und natürlich auch dass die nummer mit dem schwaden so warum stehen wir jetzt noch hier und zeigen euch das liegt daran dass wir eben genau diesen kurs hier wieder brauchen das ist feld 10 14,8 meter den werden wir jetzt nämlich verwenden und zwar werden wir hier in diesem kurzen tutorial den ladewagen fahren lassen und der sammelt dann erst mal das heu ein wo der euch das hin fährt das könnt ihr entscheiden wir lassen jetzt erstmal einfach nur in silo abfahren das heißt kombination cosplay und autodrive wieder mal ich habe jetzt hier ladewagen dran stelle den jetzt mal eben hier vorne hin dann kann er direkt vom shop aus losfahren so und dann möchte ich dass der eben ab fährt also abholen abliefern macht in dem fall möchte ich dass der am feld 10 abholt und im silo oder gucken silo abladen ablädt und zwar nicht das sondern das ist das was auf dem feld liegt und bei cosplay werde ich das so einstellen so eigentlich kann ich jetzt schon fahren lassen ja ich lasse den schon mal losfahren übergebe hier noch ein cosplay also dieser button denkt dran mal gucken wir wahrscheinlich schnell an feld 10 hat sich das hier einstellen kann jetzt muss doch mal mit der maus gas geben ja so moment da ich versuche mal da vorne zu gehen das passiert mir jedes mal also ihr dürft nicht vorne auf den namen klicken sondern hinten auf den ordner zum holen ich habe keine ahnung warum mir das immer wieder passiert kursbeginn am ersten wegpunkt und natürlich haben wir hier eine feldarbeit autodrive zum entladen und auffüllen benutzen und ich glaube damit sollten wir es schon eigentlich haben das nur mehr muss man gar nicht machen es ist tatsächlich man braucht gar nicht in panik verfallen wir hätten noch jede menge zeit dass der das hier hinbekommt der fährt jetzt wie gewünscht mit autodrive zu feld 10 zum punkt wird dann so hoffen wir an cosplay übergeben und der wird den abfahrer einstellen müsste jetzt gleich passieren ach so der fährt so weit jetzt ist er soweit jetzt hat er auch den abfahrer hier eingestellt seht ihr schon jetzt fährt er zum ersten punkt ja noch mehr des tages ist es das schon das heißt ihr braucht zwingend diesen kurs der schwarz wo die licht das hatten wir beim letzten mal schon mal erklärt wenn ihr diesen kurs habt könnt ihr tatsächlich alles drauf ansetzen könnt die presse darauf ansetzen oder hier eben in dem fall den ladewagen und alles andere da ist so ein bisschen wie auch bei den dreschern beim abfahren wird jetzt hier heu einsammeln das ist am ende des tages so simpel ne wie lange haben wir jetzt gebraucht um es einzustellen drei minuten in summe mitreden ja also würde es tatsächlich noch deutlich schneller gehen ja und damit könnt ihr das heu wie gesagt zu jedem trigger fahren überall da wo ihr das heu weiterverarbeiten wollt könnt ihr es hinfahren ihr könntet es theoretisch wenn ihr sagt ihr wollt direkt vom heu in die vom feld in die stelle fahren gibt es ja auch oft mit dem mann dass man heu oder gras frisch auf dem feld liegen lässt und das dann direkt in die stelle fährt dann könnte man rotationskurs machen zum abladen bei autodrive und dann entsprechend in drei vier fünf trigger rein fahren lassen so immer im wechsel würde der immer frisch vom feld holen all das könnte man tun möchte jetzt halt noch dass wir das sehen dass die übergabe wieder zurück funktioniert deswegen brauchen wir noch ein wenig zeit wir können aber schon mal anteasern also zum einen natürlich däumchen nicht vergessen dann sehen wir auch dass es bei euch klappt hat schreibt uns gerne was in die kommentare dazu ich weiß dass das die einfache variante ist und ich weiß auch dass man ganz viel noch machen kann mit mehreren geräten ich sage euch aber auch ganz ehrlich ich nutze tatsächlich diese einfache variante und wenn ich zwei drei geräte fahren lassen möchte dann stelle ich die einfach nicht beim ersten wegpunkt an sondern irgendwo mittig auf dem kurs ihr könnt ihn ja anstellen wo ihr gerade wollt auf nächst gelegen klicken und dann lasse ich die so durchfahren habt ihr ein bisschen im auge wann die dann fertig sind aber dann kann man auch während der arbeit auf dem feld noch entscheiden ob man das mit zwei drei oder vier oder dann wieder welche abziehen möchte da ist man so ein bisschen variabler wenn man das im verband macht dann musst du halt irgendwie immer dafür sorgen dass dann auch die verband anzahl stimmt ewige einstellungs klickerei genau das kommt dazu ja und wenn man die mittig irgendwo auf dem kurs anstellt dann ist auch die gefahr geringer dass die sich irgendwie quere kommen bei der verbandnummer kann das schon mal sein dass sich eine quere kommen selbst wenn man eingestellt hat dass die im verband fahren was ich noch praktisch finde wenn ich jetzt ein gerät habe mit zwölf meter arbeitsbreite und ich habe schon geraten kurs mit zehn meter fertig für das feld kann man ja auch mal so einnehmen und diese für 2345 im verband kommt ja noch dazu ich muss ja immer für jede anzahl der fahrzeuge die im verband fahren sollen muss ich mir einen eigenen kurs abspeichern der die passende breite hat ja genau den kann ich ja sonst auch nichts mehr anfangen weil dann habe ich nur eine von fünf bahn bearbeitet und habe dann immer vier bahn nix richtig ja auch das ist da durchaus relevant ja deswegen macht euch das nicht zu schwer und macht es nicht zu komplex ja kann man alles machen ohne frage und die super mega autodrive profis davon haben wir auch viele zuschauer die da immer wieder reingucken aber das finde ich auch cool dass sie auch dann noch mal ein paar ideen haben bringen uns ja auch weiter wir zeigen ja dann auch schon mal etwas tiefer gehende videos aber es ist natürlich auch so dass man gerade wenn man damit startet oder noch nicht diese version gemacht hat dass man mit der simpelsten version anfängt und das hier ja ich kann man schon gut sagen das ist die simpelste variante ihr seht ihr kippt jetzt hier das heu ab und jetzt wird er gleich zum feld zurückfahren und sobald der den punkt erreicht hat wo er mit cosplay wieder ansetzt sollten wir auch mit der demonstration hierdurch sein aber ihr könnt schon schon spoilern das nächste video da werden wir den tatsächlich austauschen diesen ladewagen durch eine ballenpresse und dann werden wir das auch nutzen weil wir euch auch noch zeigen wollen wie man mit cp ballen einfährt aber willi das können wir schon mal auch ganz ehrlich sagen da werden wir noch erstmal ein bisschen testen damit wir wissen ja auch gar nicht ob denn cosplay und autodrive mit der ballenpresse die ballen direkt hier in silo abladen können das stimmt da fehlt tatsächlich der autodrive helfer dem fortschlag haben weil die ballen durch das gitter durchschlägt nicht alles noch an geräten stehen haben ja erstmal kann das eigentlich sein dass autodrive ein bisschen vorsichtiger noch geworden ist wegen kurven geschwindigkeiten und so oder so eigentlich hat sich da glaube ich die letzten male nicht so viel geändert ja gut hatte ich so im gefühl irgendwie das ist wenn du entweder eine kurve mit wenigen wegpunkten hast oder die punkte halt nicht so ganz geläufig in der rundung eingefahren sind dann wir ein bisschen vorsichtig okay also ich ja auch mal ganz gern mache ist wenn ich so eine kreuzung habe oder wenn sich ad kurse kreuzen dass man dann da einfach diesen 90 grad winkel mit einer diagonale die beiden kurse aneinander hängen dann der vorher richtig ab okay damit er langsamer genau weil er hat ja dann nur zwei punkte zwischen denen er rechnen kann einmal wo es vom alten kurs abgeht und zum neuen drauf ja und das ist für ihn dann keine geläufige kurve sondern denkt dass ich denn ich habe nur zwei punkte da muss ihren haken schlagen gut das macht ja auch sinn in dem fall ja aber kommen wir mal zurück hier zu der nummer ihr seht er fährt tatsächlich genau den punkt an wo er aufgehört hat ihr könnt das auch hier bei einer erzählt er hierdurch aber wenn er in autodrive modus ist dann zählt hat er hier den letzten punkt gespeichert und jetzt versucht er natürlich den letzten punkt auch anzufahren ihr könnt das hier übrigens die geschwindigkeit auf dem feld erhöhen das ist diese geschwindigkeit hier unter dem tacho und der tachoanzeige wenn ihr die anhebt natürlich verlangsamt dann seht ihr dann geht er auch über die 24 drüber weg jetzt wird er natürlich wieder langsamer weil er kurz vor dem punkt steht aber ja damit könnt ihr da ein bisschen spielen wenn manöver auf dem feld gerade wenn ihr so große fälle wo nicht viel los ist ich nur der hier fährt da kann der auch schon mal mit 43 dahin fahren ja aber ansonsten gibt es da nicht mehr viel zu sagen will ja das ist ja hier wird gras eingesammelt äh heul so meine lieben ja genau ich würde sagen wir verabschieden uns noch für heute es war kurz es waren drei minuten wo wir was eingestellt haben das geht schnell von daher braucht ihr in zukunft wenn ihr das video nochmal aufruft nur die ersten drei minuten gucken wie cool ist das denn da gibt es noch ein extra däumchen für meine lieben so wir sagen tschüss für heute und auch von mir einen schönen tag alles gute bye bye und ade bis zum nächsten Mal